um 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 ich bin live er ich wollte er er durch die herr Roland schule schule ach 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 das läuft heute falsch ach die Wettbewerb ich bin immer wieder die das Lautsprecher äh ja wenn er sich über die Flusskarte wir haben es ja Prozent Prozent das geht gar nicht er hat er gehört das geht nicht die Verhältnisse er muss ja wieder das stört der zweite Zeug muss da reingelangen Boah, das kann ja eigentlich nicht mehr rausgehen. Oh, Flo, du Sch... äh, Tim, du Schwein da. Ich glaub, das ist ein Schwein. Das ist doch voll so normal. Das ist doch geil. Das ist normal, so normal zu der Welt. Ja, Mann. Sorry, Flo, ne? Das ist halt die Wahrheit, muss man halt sagen. Ja, ja. Der Tim ist auch nicht gesetzt. Ja, gibt's aber auch zu. War's da so? Ich bin übrigens live, ne? Nur mal so. War's da so? Ja, gibt's da auch noch zu. Ich bin übrigens live, ne? Na, mal so. Ja, ich mach mein Auto so sehr aufhängig, ne? Mh, 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 mh. Aber bitte nicht fink. Irgendwas wird ein Orangschambeck. Ich hab, äh, ich hab ein... gelb... ich hab ein gelb-rot-schwarzes Auto. Also Leute, ich fahr jetzt... U2, ne? Genau. Ich hab gar kein Schumsehleck auf drauf. Ups. Na, 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 na. Also vielleicht faire weiter jetzt. Nanana. O2, mal. 2 in to-sch? Ja, ne in Schettin! Was?! Was?! BIRTIN! Weil jemand hier Okayerarat im Box mitge месте waren. Ich hab kann Garage im Park nicht. Ich auch nicht! Doch, Alter hat dir hier eine Garage in Berlin? Ja, keine Garage in Berlin. Ja, das war ich grad! Ja, da war ich grad. Ich kenn nicht, was dir geplägt, der Multi-Meter ist nicht nachher. Wieso einfach Multiplayer? Ich fahr dann von ZC7 nach Berlin weiter. Ich fahr jetzt aber nicht mit Film LKW. Doch, Flo. Was war denn Einleger? Mensch. Wir fahren alle mit Film LKW jetzt. So ein Flo. Cool, ne? Ich fahr einfach schnell von Posen aus nach Berlin. Nur ich fahr nicht mit Film LKW, lol. Tipp! Du willst auch nicht in der Firma, Lüdy. Ich mach einfach die Dankjungen, ob sie überhaupt nicht haben. Oh, das ist lauter Stimmen. Oh Gott, ist hier was los. So, haben wir was lauter gemacht? Wie viel ist im Winter los? Vielen, vielen, vielen. Ich hab's aber. Wie viele Leute sind da? Fünf. Äh, warte. Sind nur acht. Hat das Wort eigentlich genug, gell? 38. Was? Ich klasse für dich. Bitte. Jo, klasse dich. 10? Ja. Hi. Ist allein zu Hause? No. Echt? No. Ja, wo heißt mein Nachbarn? Warum? Alles Gute. Und das Team flüssig ist. Hi. Ich fahr zum Hotel. Ich fahr zum Hotel. Ups. Das ist das. Ja. Irgendwas mit Kanopi schätzt ich. Ja. Hotel, Berlin. Ich weiß nicht. Wie geht die Reihenfolge? War zu Schwarz oder was? War zu Schwarz oder was? Was ist? Was? Was ist Berlin? Ich bin ein bisschen Farber. Ja, Berlin Hotel. Okay. Ob Rolo soll was mal in der Firma treffen? was war es in den Karten aus dem Hof Oswald ihr zwei naja hat er aber immer kommt was gestattet ich kann er wenn ich nicht mehr hat die Welt aus der Städte der Werkstatt neben er also hier zwei nahe will er Abonnant Abonnant Aber es steht auch schon welchen Ich muss euch ja den WhatsApp-Profonen rumschreiten Wirklich, jetzt sind wir gerade nicht in der WhatsApp-Profon Ne? Aber lass mal das Paar auch mal einen Aufgang fahren Ich muss leider, ich muss mich nicht enttäuschen Ich muss jetzt von der Team nach Berlin überfahren Also bis dann, ne? Ich kann ja auch gleich überstehenden fahren So, dann mal einpacken Ne, ich komm noch so Wenn da 40 Leute sind, dann kann ich da nicht rein 42 Ja, geil Und ich stream da Gottö Soll ich Neon gerne holen, damit er diese 3 Leute Jetzt eben kickt Nein Oh, jetzt wird schon 6 kicken Also Ja Ich warte mal außerhalb von Berlin Wir können jetzt auch hier Ich weiß nur, wie wir treffen Leute Ehe Actress? Actress? Ja genau, diese Firma da Ist es Ehe Actress? Ja, ja Die heißt du Ich war schon so oft Dann treffen wir uns Ehe Actress Actress Äh Ich hoffe, in Hamburg ist weniger los Oh! Noch jemand live Au! Aha Tim! Jetzt läuft der Stream flüssig Aber dafür die... Aber das Spiel nicht mehr Super Ja, ne? Oh! Hier sind ganz viele grüne Punkte Hör euch auch, Salah Es waren auch 170 Kilometer Willst du mich verarschen? Das geht unten rum Der fährt unten rum Ich nicht Ich bin über auf der Brücke Was? Nix F*** den Spiel Jo Ja, die Spur ist denn jetzt von wem? Hilfe! Das seid ihr Wer ist denn da jetzt vor mir? Wer ist denn da gerade recht abgebogen? Ich? Ah Cool Ich bin da ganz live Aha, nice Ich mach hier ja gleich Ausrüstungskontrolle, ne? Weil keine Firma Junge hat, außer Philipp wird gebangen Aber ich darf, ich muss auch keiner haben Wer bist du? Ich bin Levin, du Ach so, Levin, oh ne, du auch nicht Und Tim braucht auch keiner Philipp Junge Ich hab aber einen Traum Aber ja, von deiner Kacke Alter Kacke Firma Scheiße Ey Mal, schön Wie heißt das? Dachte ich gleich hier Hä, das sind 50 Spieler Achtung, wenn das Chef kommt Du hör sie Hh Alter Ey Kann ich mich jetzt abkreffen lassen, bring ich dich Schuss? Jo Und ne Fahrschule tuna Philipp, ich gehe direkt mit Josh Also Ich hab gedacht die Ich hab die Verstellung uns ganze das rechte aber auch egal das rechte? ok oh mensch ich steh grad aber dann lass mich ganz knapp greifen ich brauch ne anderes thump mail gleich da leute leute reinschurz reinschurz am lkw schwarz schwarz und am orange schwarz schwarz und beim anhänger auch ah das ding der anhänger ist auch kanapie bist du blöder zu packen oder was? ja ich weiß nicht ich darf gerade mal ein länger zu machen ne das ist so ne alter philip wir beide mit dem fast gleichen lkw komm mit dem armen geh ach komm wir sind ziemlich oben geil gleich und das sieht doch auch schon mal geil aus wo wollen wir treffen e-art 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 ach so beim anhänger ist das ganz gut das war irgendwie erhoben ich bin grad am ich hab denen grad voll die Ehre die arbeiten dann zum bestritten das ist ganz das ist gar nicht wahrlich oh war das kirt so jetzt einfach ein Computer Manager dann blink er ist ins Standard Tim dann komme ich auch nochmal zu euch ja ja die Lärmste auch an durch 2 3 3 4 das hast du gerade nicht gesehen hast du euro logistik geschrieben das euro logistik geschrieben da oben stehen das alte ich erinnere es in der Karte nach Klapport genau das ist gut nicht so ist der Akzent zwischen er der Verlager auf die Karte hat er es war eine Internet so gut darf er das wohl ja hinter dass man nimmt hier jetzt immer mehr aber es zu reden eines machte und amal und wir haben noch nicht ein paar ich hab noch ein paar nach klagen österreich ich habe einen das ist klagenfurt dresden rostock magdeburg das ist die firma und fährt nur mal in der lkw bisschen lang bcp und bcp das heißt ich muss den posten absetzen der rostocker möchte noch jemand der bracht aus Prozent hier von hier aus mitnehmen ja ich guck grad also gute Sachen werden dresden raha renault grateslava und Graz könnten dann halt auch weiterfahren nach Venetia oder also nach Venetien oder Salzburg kommst du kommst du kommst du kommst du kommst was braucht man hier noch einmal dresden den haben wir noch da haben wir noch Rehnault da sind die oder weit von der Schlüssel was ist das für den Sohn nach unten guck mal unten wie tief hier ist unten die Martian alter aber das kommt davon ja geiler jetzt sind die trailer hin er trägt es in kohle trailer ja das wird hat nicht möchte jetzt noch einen aufgang mit dem wartet und ich bitte ja ja also wir warten auch noch würde ich doch noch oder naja ich komme hier mit dem was ist das was ist auch okay erst dann hinterher wird weiter weil ich dann war ich auch anfangen ja ich muss nämlich ein muskel schlafen warum machen ich habe was nach dresden ich könnte auch einfach nur ich habe keinen bock ja ich habe meinen auftrag ich hab jetzt was nach dresden ich bin noch mal der workstation ich glaube ich fahr so mit ok finde ich gut ja wohin jetzt ja wir fahren nach klagenfurt am wörthersee ja ok ihr fahrt ja eh nicht für 27 90 wir fahren 80 live convoy ja moin da kann ich kann es auch gehen sind wir schon los nein jetzt wollen wir so ja moin es gibt keine fraktur mein auflieger ist ja kein wunder weil wir in skandinavien sind na komm wir können Tim ist der funktionierter auflieger auf der rutschfliege fahren ja wir fahren ja nicht Richtung Westen also Kalee aber dann würde ich gekickt werden und Köln und so warte mal ganz kurz ich versorg mir den auch mal geht aber schnell äh das dauert lange das dauert lange doch du kannst den nur in skandinavien hinstellen du musst im single player dafür gehen da ist er ja ok gut dann josh super zieht einfach raus äh du musst einfach wieder alle parken ähm wer dresden ja ich jetzt und welcher firma da äh moment er transinett warte mal dresden oder bin ich grad transinett ja du kannst nach Dresden äh philipp Dresden Prag ähm Bremen Graz und Linz würde auch noch gehen Salzburg oder Menem würde auch gehen alle was soll so in diesem so Musik kann ich eigentlich anmachen Copyright super ja ich muss das direkt am Weg stehen Alter also dein Café kann es hier woanders äh philipp nimmst du auch noch einen Auftrag entgegen was nimmst du auch noch einen Auftrag an weil das absolut witzig ist Tim das was ich jetzt mache warte ich probiere es mal vielleicht kriege es diesmal gut hin ich muss das Spiel nochmal neu starten weil ich das absolut Bock perfekt 10 ich frage aber nicht ich hab keinen Bock die Zinn zu stellen es gibt wohl auch so einen Mod du kannst ihn selber modden dann würdest du nicht gepflegt werden wenn du dann zum Beispiel in die Zone fährst das geht ja das geht ne philipp musst du das ja ich hab vorhin mit Kampfkicks darüber geredet hat der sowas ja ja moin aber der macht das nicht oder doch ich hab du musst neu starten ja mach ich ja auch ich stell mich hin und starte neu ihr htl live hast du noch einen starten ja mach ich gleich ich glaub ich fahr nochmal zur Bergstadt tschu Leute alter könnt ihr jetzt einfach machen fahrt alle auch wieder ab oh jetzt steht er direkt allein was soll ja ein kleiner Pisskopf hendrik 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 fährst du unten raus bergstatt witte lol was ist passiert lecker weggehalten nein ich hab keinen Noclip drin ja ich fahr nach unten raus ja ich fahr nach unten raus ich fahr nach unten raus ich fahr nach unten raus wir sind die hier rausgefahren die hier rausgefahren Junge dein Ernst ich hab keinen Noclip moin mit mir ist lecker Junge du hast noch Clip wenn du mich jetzt absteckst dann fliege ich in die Luft wirklich nicht datenzeln hendrik hendrik e agress rechts raus und dann wieder die nächste Gruppe rechts ich hab keinen Noclip drin lecker das war diese physikstiger ja okay und dann eh ja dann kommen wir ja da auf die Autobahn direkt das ist ja dann der Anfang der Autobahn und fahren wir dann eigentlich die ganze Zeit gut da fahren wir dann guck mal wir halten dann nochmal in Dresden dann fahren wir direkt durch bis nach Graz da und danach dann wenn wir in Graz sind dann weiter wir fahren durch Niederösterreich, dann durch die Steuermark und dann nach Kärntel eigentlich bin ich vielleicht zuerst und dann in Österreich 8 oder 57 Kilometer also ist gar nicht so viel weiter versuchen wer hat mich da Mensch ist hier halt ein Chaos Versuch geschafft könnte bei mir sein ich bin zwar nicht anders, könnte bei mir sein Na Hendrik, ich mag schön an warum bin ich denn so? Ich denk auch Machst du dein Fernlicht aus, du Kanate? Ich bin's Oh, bist du ein Kek Ich seh was der Mann Hendrik, wie findest du so mit LKW? Was? Wie findest du so mit LKW? Der Norm sieht gut aus Du hast du ein bisschen übertrieben Nein, wie kommst du so mit LKW? Mach nochmal ab Ja, Moiner rammt mich halt fast Warte Willkommen voice-off so Singt der Scheiß auf Ja, hast du das da oben gemordet? Warte, wieso? So, guck mal Versuch in die Kurwelle ganz zu nehmen Äh, das war's aber, warum? Das hab ich gesehen, ne? Jo, das war die Gange Warte, warte mal Äh, ey Flo verpiss dich, da steht Philipp Guck mal hier, das ist ein ganz normaler Trailer Habt ihr alle das High Tower DLC? Ich geh kurz ins Klo Ich glaub schon Ja, warte ich Warte ich Ich geh kurz 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 Warum kann ich nicht einfach wegfahren? Kann jemand einen Flo aus dem Spiel kicken? Wer ist der Maut? Flo Warum geht der raus, wenn er Flo will? Ja, ja Wenn ihr Scheiße Warum geht der Flo, wenn der Flo geht ins Spiel? In ETS, nicht in AFK Verstehen ich nicht Er ist doch in AFK Er ist in AFK Gibt es, gibt es, gibt es Gibt es, gibt es Gibt es Gibt es Ey, wir müssen mal einen Channel machen Wir müssen mal einen Channel machen Wir müssen mal einen Channel machen AFK Kacken Das wäre mal ein guter Channel AFK Kacken Das bräuchte man nicht viel hoch Ach der ist immer oder was? Keine Ahnung aber so Der ist recht oft weg Warte mal kurz Nächstes Mal ein Gangcrash, ne? Ahja, also wenn das heißt Crash und Russ ist hier richtig aus Wir müssen mal ganz kurz weg, ne? So, da bin ich wieder Floiert jetzt seinen Channel Natürlich nur Temporär Natürlich nur Temporär 60 PS muss er haben Oh mein Gott Edel, die liegt Was ist das für euren Channel auf Kacken? Extra für dich Ach, danke Jörg Ich habe auch wieder gelöscht Hast du deine Kack-Tour genossen? Ok, so Abfahrt, äh, dann wo bist du? Kack-Wennchen? Ich habe schon wieder 3-Aktis Achso, das war ein Temporär-Channel Na gut Ja, ja Schreibt halt jeder Das war ein Kack-Wennchen Das war ein Kack-Wennchen Ich war auf einem Kack-Wennchen Ich möchte sie in die 10 Eltern melden Ich hab doch hier ein Kack-Wennchen Nein, 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 nein Guck, jetzt guckt, während ihr einfach reinfährt Äh, also ja, natürlich Du hast nichts gesehen Ohhhh Ist ja gut hier, ist ja gut So, sehen wir jetzt alles komplett? Ja Nein Nein Also die HTL ist komplett, weil sie immer zu unserer Gastfahrer sind Könnt ihr noch ganz kurz Könnt ihr noch Print nehmen? Du bist da... Nee, nee, nee Ich bin schon auch noch für das, ich bin schon eine Minute Ein, ein, zwei, andere, drei, drei, eine Minute mir schlafen Das kommt auch noch für mich jetzt eine Minute noch einmal inzu zweit Ahn muss ich... Ich muss eben kurz mal auswohlen nämlich schön warten gern Mit er immer schön als Truck begut α so, das ist nicht schön, dass er das war Ich bin gleich wieder da Nein, warte ich weiß heute flüssig ja nur hd internet so langsam ich hab schon ein ping von 23 elektronik 05 schreiber bitte nur in dein schluss htl dass die nur seit der leerzeile personalleitung dass die wir da weg ist das kacke aus die wir geben ja deswegen macht htl oder flieg und einfach leerzeichen sowie wir alle anderen auch personalleiter und das recht fast einfach weg alles gut das muss ja nicht mehr das geht sich gar nicht aus das passen hier nicht aus dem fest ist ein scheiß traktor weg das soll live heißen das ist auch schön ja toll schlägt der stream die rung überlastet ja toll wenn das oh man ja wir fahren heute war ich bin geladen bitte ach 22 Stunden ja deshalb bin ich so langsam ich hab ich hab ich hab ja da ist heute wieder die Motor so auf 20.000 Euro gejagt oder mega wie viele Kilometer fahren ich hab ich hab ich hab das ist alles gut ich bin und ich bin und ich habe so komisch gefahren weil ich nicht sehen aber ich habe ich habe ich habe ich habe ja ich habe es ist ja das ist besser drin Ich verwechsel die Bremse über Kupplung, das geht nicht. Oh, ein Regen. Was denn? Ich fahre 80. Ich fahre 70. Ich fahre 80. Ich fahre die Erzabschleidung. Aufbauen. Toi, jetzt habe ich gerade einen. Wir würden hier Abfall aufbauen, Alter. Wir würden ihn sofort vor mir fallen lassen, als Konvoi-Führung. Warte, ich muss kurz wen vor mir weg haben. Für den Satz allein schon. Was machst du? Drück mal lieber Speichern. Wer überholt? Wer überholt da und will jemanden weg haben? Wer ist denn da? Hm, P-Info? Mein Blinker 14 ist schon wieder nicht, ich kann kurz reden. Hey Leute, wer ist denn das wirklich? Wer? Ja, wer hat direkt überholt? Mein, ich schaff den Berg nicht hoch. Oder vorgelegt sein. Nein, ich war wohl nicht. Ich fahre ganz normal. Das kann Josch auch so sagen. Na Josch. Hm, ja, ihr könnt ja im Livestream nachgucken. Ja, ich bin ja nicht in der Neue. Ja, ich bin ja nicht in der Neue. Ach, das war der Fälle. Tim, du leckst, ah! Ich habe gespeichert. Ok, Cavalli-Field kein 90. Ja, keine Ahnung, jetzt wieder gespeichert. Ja, kein Ahnung, jetzt wieder gespeichert. Hat er geschäftsführend. Das Fakt zu achten, über jeder Speicherung, das ist leckter. Gerade über jeder Speicherung, das ist lecker. Das ist wirklich so, ja bei mir ist das auch so. Ach, hat er geschäftsführend. Was ist denn, Alter Scheiß? Ach, der Führer! Der Führer! Achtung, Auto geholt! Hilfe! Ach, du Scheiße! Gott, ich muss wenig anfangen! Der kann die Spur nicht halten, der Typ! Ob den? Eieieieiei, was ist das? Wie fährt der am Bremsen denn, Alter? Ich könnte ihn mal mit 95 überholen, dann kommt er nicht vorbei! Was? Ich könnte ihn mal mit 95 überholen, dann kommt er nicht vorbei! Ich kann den mal mit 95 überholen, dann kommt er nicht vorbei! Ich kann den mal mit 95 überholen, dann kommt er nicht vorbei! Ich verkomm nicht, der... Ich floh den Maschinen! Ja, das ist geil! Doch, mein Sicherheitsabstand ist zu groß! Pass das schon mal in meinen Playtech? Ist eben sehr schön gut, ne? Ja, ich hab grad schon gesagt, der Playtech ist legitimär! Ja, Professorin! Wir müssen rechts! Ich kenn die HTL nicht! Boah, ich muss das Auto abbrechen! Ich mach das HTL! Ich muss doch! Ja, mach mal! Ja, mach ich aber nicht weiterfahrt! Doch! Alles gut! Lösch das Ding ist weg gerade überhaupt nicht! Alter! Äh... Ja, kann sein, ab und zu! Liegt dann an Windows! Jetzt hab ich's besser gemacht! Warte! Äh... Ist gleich! Cool! Junge! Ey Leute! Ey, hier ist der Moderator! Könnt ihr mal bitte... Könntest du mal bitte... Ach ne, das ist ja so ein Moderator! Scheiße! Wir müssen da runter, gell? Ja! Ich hab's! Ich hab's auch mal ne Rechnung! Überholt da! Ist der schon da? Oh ja! Ist der schon da? Ist der schon da? Naja! Heinrich? Was? Guck mal in Chat! Kann dran gucken! Mach's nicht! Aber... Der Typ hat deinen Namen! Der Typ hat deinen Namen! Hallo! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Der Typ hat deinen Namen! Ich hab's nicht! Nein! Mit dir! Das war extra! Weil ich das muss immer sagen! Endredig! Oh ja! Super! Unfall! Verschreib's! Links! Das ist gar nicht gut! Was? Oh! Bitte nicht reinfahren! Jo! Sie ist weiter! Kommt der ran oder was? Wer war's denn? Welcher Idee ist hier vor dem Stand? Ist die Kremlnig? Ist das ausgelaufen oder war? Wo ist das mal dran? Einfach Philipp wahrscheinlich! Ja! Philipp! Was denn? Wo bist du? Ja! Entschuldigung! Ich fahr so wie Kipp wäre! Ich würde mich doch nicht! Boah! Ja moin! Pfff! Tadion! Was soll ich denn hierher gehen, Werder? Pfff! 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 Ich weiß nicht, wo ich den Rang so auskomme, dann könnten wir jetzt den Rang geben, ich bin auf den Dreck, was im Bezug hier kommt. Aber ich darf nicht. Was denn? Was ist mit dir? Ja, aber dann, ja, wir sind schon von Trantinet, du kommst ja hier zu Trantinet. Wo treffen wir uns? Dann wo? Bei Trantinet. Warum fällt der jetzt nicht? Dschungel. Wo trefft ihr uns? Trantinet. Oh Mann. Ich bin lebend, Alter! Hey, ich bring dich die ganze Zeit, ich hab hier links vor rechts und rechts vor links und so. Ich fahr auf uns total schnell. Na boah. Soll ich mir richtig kack gefahren und dann hat er mit der Enteckwache? Soll ich den Parkplatz nicht? Ja, keine Ahnung, wo soll ich mich jetzt hinbekommen? Ich bin schon eingepackt. Guck, ob ich noch einen Auftrag annehmen kann von hier? So, warte, wir wollen uns fahren. Nein, nein. Scheiße. Was? Ich wollte noch gebannt werden, oder? Scheiße. Ich bin schon mal kurz. Die bitte? Du wolltest noch gebannt werden. Ich will gebannt werden. Nee, danke. Ja, du willst ein bisschen besser versagt, dann schreib jetzt in den Chat, htl-beste Firma der Welt. Yvi? Yvi? Also du kommst aus Schüssig-Holstein? Heißer-Kolstein? Wer kommt ja aus Schüssig-Holstein? Wer kommt da raus? wohnst du in Schleswig-Holstein? ja wohnst du in Schleswig-Holstein? ähm, ungefähr 50 Meter von der Grenze zum Weg kommen ach so, ok, dann bist du ja da am Arsch erwähnt nein ich bin bei Schleswig kennst du, ähm, Lübeck kennst du sicherlich, ne? du, äh, mein Mann und meine Cousine arbeitet am OP ja, ja, da wohne ich also wenn du Bescheid was im mit der OP, was ich grüß mal die Cousine mh mh, mit nur dieser OP, so herz OP so kurz vom Stepp ich muss noch jemanden grüß grüßes grüß'in raus grüß'in raus an die beste OP grüß'in raus an die beste OP ja wohnst du, wer da hier mit neun Aufmerkauf nehmen? ja, wovor wir dann mal hin Ich mach das nicht so lang und schlafen. Was ist zu meinem LKW? Du hast richtig standart so einen einfach. Ich feier mich. Ich hätte dann noch... Para hätte ich. Krampf. Krampf. Oh, Schnauer. Auf Flieger. Oh. So, bitte rufe mich los. Oh, ist er weit weg. Ich hab noch Paar, Paar, Paarer jetzt aufgenommen. Ich bin hier. Ich bin hier. Nein, ich bin hier. 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 Moment, ich nehme meine Fracht an. So, jetzt hab ich 18 Tonnen. Okay. Du bist jetzt einfach losgefahren durch die Trottel. Warum? Ja, wir sind so fest. Nimm ruhig mal bitte, weil ich stille ich hinter dir. Ich? Ja, du. Steh noch. Oh. Ach so, dass ihr schon gefahren seid. Ja, moin, das ist dann doch Trottel. Ach, da seid ihr. Ja, ich fahr jetzt. Heute, du fährst zum Schluss? Ja, ich weiß. Ich dachte, da wird eine ganze Zeit überholen gehen. Ich überhole dich dann. Dann fahr ich wieder hinter dir. Okay? Ja, mach das. Ich steh noch auf dem Gelände. Oh, ich warte. Philipp, ich warte noch eben bis das andere Land. Ja, dann bleib kurz stehen. Nee, nicht. Ich fahr mit 50 weiter. Ja, schön. Na toll. Ich bin Verbeuführung. Ganz stark, Philipp. Weil ich mich wegkommen habe. Jetzt, jetzt hängt der fest. Warte ich halt hier. Ich hab den Kreis gemacht. Ich häng dir. Ich hab den Kreis gemacht. Was hab ich jetzt gebrannt? Lass mich rein, Neville. Oh, no. Hallo, Heimreich. Was denn? Ich kann nicht wegwinken. Hallo. Hallo. Hey, leid ihr jetzt alle dran? Ja, da sind alle dran. 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 Ich hab geblieben. Du ziehst einfach mal rüber und jetzt wieder wieder rüber. Bleib halt. Hallo. Ja. Hä? Geht es nicht. Was ist denn ihr für 10? Die Riemreich sind gezint. Doch, man darf jetzt nicht. Riemreich ist ganz lang. Alter. Was ist das? Wo direkt mit ihr überholt? Haarim. Haarim. Was sollte das denn? Das war schon mal. Und dann direkt mit ihr überholt. Hallo. 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 So, ich muss dir noch gratulieren, alles gut zum Frauen-Tag. Ja, alles gut. Danke, Dito. Super, richtig. Äh, du, ähm... Hendrik, was hast du da? Wollen wir, wollen Vaterschaft einkommen? HTL und... Happy Haru... Happy Haru... Hendrik, rechts reinfahren. Äh, danke. Happy Haru... Happy Haru... Harry... Was? Happy Haru... Der hat alles komplett gemonten. Heike! Wollen wir Vaterschaft einkommen? Höher! Ja, mach mal. Hin! Irgendwann da vorne rechts, ich hab Blinker gesetzt. Der Chef ist nicht da. Ich komm mit dem Stab. Hey, haben wir die Vaterschaft einkommen? Das müssen wir mal bei euch melden können. Hendrik, fahr mal vor zum Parkplatz. Sag mal den... HHL-Dokiste.de Ja! HHL-Dokiste.de 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 Danke. Ne, da steht Philipp. HHL-Dokiste.de 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 HHL-Dokiste. Ich fahr auf nächsten Parkplatz. HW-Dokiste HHL-Dokiste.de ich bin dabei aber muss den Weg die Jungen LKW auch aber ich habe eine Firma ich habe eine Firma ich habe immer noch in der Abenteuerung der Begründung der Welt ich melde mich dann mal bei dir oder wer der Schöne Kollegen ne ich weiß können wir es weiter Der Fall! Der Fall! Der Fall! Der Fall! Happy Haare, Willi! Du darfst natürlich gerne mit uns fahren! Kein Problem! Schließt euch einfach so Cowboy an! Kein Problem! Viel Spaß! Heinrich! Super Tim! Steht jetzt überhaupt nicht im Weg! Kommt raus! Ah! Geil! Was ist jetzt? An... 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 Wir müssen aber anhalten! Schauen wir mal! 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 parede! Alle in der Reihe aufdämen, und wenn wir da sein! germ sl Schauen wir mal! Ich gep dod. die etwas mit seiner haustürst geduldet da lediglich durch die und Oh, die knappe, bin ich hier. Oh, wow. Boah, mega. Hey, du hast auch so eine Felge nicht gemaltiert. Ich war zu dumm. Ich war ganz gut. Was macht Jörg da? Ich versuche, mich da neben Flo zu stellen. Da kann kein Mensch weitergehen. Ich gucke ein Stream von Jörg an. Mach das. Wir kennen mit der Radführer jetzt. Wir können weiterfahren. Kann sein. Feste Grenzenlose. Nehmen wir dich nach vor. Oh, Jörg. Ja, genau. Ja, genau. Warte, ich fahr kurz. Jumpe! Der ruft doch nicht. Ja, moin, der fährt. Alter. Wenn der für mich will, du ob es fahrerste riss ich ja. Oh, oh. Philipp, wenn der für mich will, du ob es fahrerste riss ich ja. Oh, oh. Philipp, wenn der für mich will, du ob es fahrerste riss ich ja. Philipp. Was? Kannst du mich langsam auffahren? Komm, was ist hinterher? Langsam auch nicht. Mach mal, äh, mach Lichttupel, wenn ich rein kann. Ich hab einen. Ja, ich hab einen. Gut. Von Boy, Geschwürdigkeit 90. vertreten ist wieder der stream scheiß kundierung Ja. Ich habe einen Abgaschallenge! Mach dir nix, Abgaschallenge! Doch du hast schon wieder die Gefühle, wenn du abrammst, und ich. Ey, ich geh das mal vor. Nee, ich geh das mal vor. Ich geh das mal vor. Ich geh das mal zu. Und dann. Oh, das ist mir das mal in der Hälfte. Scheiße, ich geh das mal vor. Ich geh das mal vor. Natürlich, ganz gut. Entschuldigung. Also Leute, eigentlich sind wir gar nicht so bescheuert. Nicht nur so aus wie an die Haare im Grunde und ich denke, also hier sind wir gar nicht so bescheuert. Das war's. Ich dachte, das fällt nie an. Ich fahr mal zum Völler. Ja, warte. Versuch's. Ich hab voll was. Ich geh fast. Ich geh fast. Junge, Tim, du musst jetzt nicht mehr rausgehen. Okay, okay. Tim, mach das. Das ist dein richtige Entscheider. Ich geh fast nicht mehr ins Gast. Ich geh fast nicht mehr ins Gast. Hallo. Das ist voll die Straße auf. Das ist die Straße dabei. Ich weiß, ich wollte es noch entdecken. Lebe, ich hab mich in Ruhe gelassen. Ah. Soll ich, ich hab ganz kurz gehört, die Werkstatt meiner Truck ist kaputt. Nein, oh, guck. Beim nächsten Halb kannst du das machen. Nee, ich hab 83 Prozent. Ich geb da so ne Schatznäckse, die Fashfix. Ja, das kann ich noch nicht. Ah, ne und dann ist doch da. Ich hab vergessen, dich da zu machen. Leute, wo seid ihr denn? Ja, wegen der Mittelvielfunktion, weil ich mich nicht abstellen lassen durfte. Ich wollte ja gerade sagen, ich hab's doch. Oh, ich geb mich eigentlich gar... Nee, das reicht mir für heute. Ich mach jetzt mal mein Geldschief in Alt F4 und dann ist fertig. Oh, wieso bin ich in der Hand drin gekommen? Okay, Leute, wir treffen uns vor dem... Ja, diese Alte F4 Geldschief macht echt Bock. Was machst du von mir geflogen? Hm, glaub ich schon. Ja, und das ist geil. Leute, wo seid ihr? Ich warte bei der Werkstatt. Ich versuche meinen Auftrag abzugeben, aber hier sind so viele Leute, die nicht fahren können, dass es nicht so einfach ist. Ja. Oh, hier. Trottel, der ist richtig wichtig. Wegen mir? Wer? Äh, weiß ich nicht. 3, 3... Scheiße. Ich bin zurück. Ich hab nix mit Glück gekriegt. Ja. Wer ist jetzt direkt auf die Autobahn raus? Was ist halt nicht auf uns? Mach jetzt Ende deinen Play-Attack. Bitte. Wer denn? Leon, ist unsere Firma? Firma! Welchen Funk seid ihr? Mit was? Nein. Warum müssen wir meinen Discord weg? Ja, ich muss doch nicht Discord haben, oder? Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich Fahrprüfen machen. Wenn ich nicht abgelenkt werde, hab ich das ausgemacht. Ja, ich kann nicht weiter vorne. Autismus, okay. Autismus, Fick. Was? Ach Junge. Ja, wenn du so blöd hinfällst, kann ich auch nicht machen. Was? Tim, warum stehst du eigentlich schon wieder an zweiter Stelle? Junge, weil die alle abgerogen sind. Also, ich hab jetzt Autoreifen nach Linz. Ja, bei Linz. Nach Linz? Das sind wir schon gewohnt. Warum? Hast du auch deine Firma? Äh, Moment. Ähm, Postpad. Will mir das aussprechen. Äh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kommen wir eigentlich heute noch hin? Ja, wir fangen gleich an, Straße. So, sind alle wieder dran? Ja, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Ja, wir fangen gleich an, Straße. So, sind alle wieder dran? Ja, mehr oder weniger? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Können wir jetzt? Können wir jetzt? Warum? Können wir jetzt? So. Hallo, sind alle Ja, ich bin Jutta. Frau Dr. Vstar, ha? Ähm. Ich bin zu dem, hier. Alle rund um euch nach Hause, außer ich. Ok. Ich mach mal. Ich bin gleich überholen. Er macht den. Er fügt sich. Er fügt sich. Warte, Tim, mag ich dich auch überholen? Nee, du nicht, der war da noch mal. Hallo? Von Wollgeschwindigkeit A. Der der Letzte? 90. Sie gibt's da absolut nicht was zu machen. Ja weil wir hier rühren müssen. Gibt es, dass er ist? Das freut ihr, ihr freut sich, komm! Wir haben ja eine gute Frage. Aber wir haben eine gute Frage! Hast du nicht gesagt, dass sie einfach abladen müssen? Warum sagst du nicht so was? Oh! Und welche Mutter sind noch da? Haha! Haha! Ah! Okay! Wollt ich ne Förderung machen, Trotz? Geht weiter gerade, ich hab extra die gespeichert unter mir rein, aber egal! Fahrt auf, du Wunder so! Prozent da war es ein seit Jahrhundert er hat und da ja aber die Apto ja so weit da kann man ja bei den Bogen da das Ende der Welt er hätte das nicht Warte mal diesen Typen, dieser CZ, Tim, den Überdecker anpassen, dann kommt der weg. Warum? Der ist mega 10 Mal rein. Gute Partner. Ich habe. Warte mal kurz hin. Wir haben hier gleich eine Tankstelle, fahren wir da drauf. Ja, ich muss nicht tanken. Ja, ich auch. Ich nicht. Ich muss nicht auf meine Tankstelle. Was? Holla aufs Gas. Nein, wir sind zwei Tiefsäulen, Picks. Mega. Ach, ich suche einen Fahrer am 16. Und wir müssen jetzt einmal drehen, ne? Philipp? Mich nicht. Mit der HTL. Fuck, wir sind ja wieder Tiefsäulen, schnell auf, Mensch. Oh, der ist exakt. Ja, wo soll ich jetzt hinfahren? Ja, hier, Bremsen und rein. Aber Bremsen sind zwei, weil es immer noch nicht so nach wie es geht. Oh, ich fahre mich nicht hier. Haste dich. Haste dich. Und steht er jetzt da? Keine Ahnung, da kann ich auch nicht mehr. Oh, sind alle, muss noch irgendjemand tanken? Ja, ich fahre noch floor hinterher. Oh, ich fahre noch. Oh, der fahrt doch. Oh, der fahrt doch. Ja, drittelfahrt. Junge. Äh, Tim, warum? Junge, nicht du. Alter. Nein. Okay, das fahre noch nicht weiterfahren. Ach so, sorry. Da ist doch das Ding aus. Wem draustabben? Warte mal ganz kurz. Tim bist doch mal fertig, ich glaube dein Chef kann das nicht bezahlen. Du brauchst die gerade jemanden, du hast dich ja rausgehalten. Was mein Chef bezahlt und was man nicht bezahlt. Dein Chef? Du konntest doch nicht mit deinem Chef reden, du weißt nicht mehr wer der ist. D.A. Ja, Chris Max muss immer noch nicht fahren. Was habt ihr noch nicht mehr gewissen? D.A. 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 Welt. Oh, scheiße, ich hälte mal ein bisschen drauf. Oh, warte, bist du schon fertig? Ja, ich bin jetzt mal los hier im Massenbeustell. Okay, wir fahren jetzt los. So ist es okay. Stopp. Nein, der Richtung ist auch noch ein bisschen. Fisch nicht, oder? Nein, wir fallen hier. Flo, fahr! Ich hab da gerade rausge... Oh, ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Ja, jetzt steht da 17 FPS. Oh. Ich hab 713 und ich hab 17 von den Laden. Na, das ist, äh, leer. Ich würde nicht so weggenommen. Was ist der Trainer, Alter? Wo ist der Trainer? Wo ist dieser Trainer? Er hat es gerade bei uns vorbeigefahren. Nr. 3342 Wegen Reckless Driving. Ach so, ich will fahren. Ich hab bei mir. Ja. Letztlich kannst du LKW fahren. Das ist Twitch live, also von dem her. Hat keiner gesehen? Was macht ihr denn? Wenn leere Schafen sind, darf man das dann machen. Ach, schon. Wie ist dieser Trainer? Oh, die ist durchgeschritten in Linus. Wie darf man auch noch machen? Mach doch, dann bekommt er da. Gib Gas! Heule! Ja. 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 Du bist leer und ich hab mich leer. Es kommt der nämlich wieder. Mach schon mal die Aufnahme an. Mach extra die Aufnahme an, damit der mich schön wegkramt. Ich bin Tires. Du bist alles. Henrik! ...ohva bist du denn? Leute, wo bleibt Du? Sind die alle dran, oder sieht das so aus? In Sauserei hätte ich nur viele Meter woaraug. Sieht so aus, ich will so viel schneller fliegen. Oh Gott! Das ist alles gut, ich hab extra gemacht. Daustelle Popo wasse Popo werfen, Popo werfen, wo sei die Waffen Boah Jungs, ganz krass gedacht Oh nun, wo ist das Handtuch? Der muss ich gerade nicht lösen 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 Den regeln können wir jetzt haben Ein Regen Den Packungen Er mag ihn auch Popo waschen Popo waschen Dann muss er ihn schütteln Dann muss er ihn schütteln Popo waschen, Popo waschen, muss ein jedes Kind Popo waschen, Popo waschen, muss ein jedes Kind Ack! Guck mal, was der Stream sagt. Dann würde ich flüssig ist das, wenn ich... Ich fahre die ganzen Aufstür, am besten nicht speichern die Hesse. Was? Dass er nicht zwischen uns kommt. Ja, mach ich. Philipp. Was? Aber Torte, wenn der eben von mir selber speichert, dann kann ich nichts dafür, ne? Wenn du weißt, wann er das macht, warte ich ein bisschen vor. Nee, warte ich leider nicht. Philipp. Was? War nicht ernst. Was? Ich meine schon. Guck mal, Henrik. Er ist gut, er ist schneller, er wird immer schneller, er kommt immer ner. Ja? 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 Ich weiß das grad... Ach leid, der war die auch, ich dachte nur bei mir. Ich könnte mal schnell speichern, dann könntest du das herausfinden. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Junge. Was ist das für ein Scheiß-Gug. Big Boss war da, Big Boss. Wer mich lieber. Ich glaube, ist das schon für die Strasse gebaut oder? Nee, das Morris nicht. Ach, Traurig. Ich bin richtig Abstand. Junge! das sieht sehr gesund aus das ist das nicht beschädigt das ich wollte ihn mal warnen ich wollte ihn mal warnen ah, Philipp mein Schatzi aber, woher du die Hose zu tun? Therim, kannst du kurz gucken, wer das hinter mir ist? Ja, es ist dieser Türke, dieser BR 1453 FSM Achtung, hier müssen wir gleich weiter Das ist nicht der Zug Oh, weißt du, mein Anhänger ist voll schön Acht, nicht um die Kurve Oh, das bleibt geschlagen So, dann halt Oh, der macht Warnling für Arme Der hat mir was reint, Trottel Was will der Junge, wenn ich Warnlinganlage anmache Er wird die Sättchen geholt, obwohl er sieht das am Linke Ich hab' eben geguckt, da neben dran vorbeizufahren Der auch immer hinter mir ist, 860 Ich Oh, das hat nicht funktioniert Hh 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 Anstatt dass du vorbei fährst, er immer bis der Bläh Hh 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 Die, die bei PostBit abladen wollen, die können das machen, aber wir können bei PostBit nicht alle fragen. Weil ich weiß, einer wollte die Abladen. Ja, ich. Ja, wenn du fertig bist, dann kommst du nicht zu. Ja, ja. NCSC. Höh! Wo bist du? Achso. Achso, der Bug. Innsbruck. Ja. Hey, Henrik, grüßt, grüßt. Was? Sie hat gegrüßt und Sie bleibt bei Ihnen begrüße Henrik, den Profitrunner. Hey, die Schweine ist hier. Och, nö. Bei der Werkstatt. Soll ich die 160 PS-Motor-Rei-Ko? Mach's nicht. Ich glaub, ich steig auch mal um. Hab ich schon die Garage hier? Äh, Philipp, du weißt, ob ich den Montag einwohner? Ja. Ja. Wo ist denn die Garage? Neu? Er hat links oben in der Garage. Ja. Ja. Der hat links oben in der Garage. Ja. Ja. Jetzt wird wieder in die Hände geschlossen. Das hab ich bereits gesehen. goosebumps. Und 빼orar. Ich wieder rein. Was ist das? Kalau nicht. Ich wäre die schönste ... Jetzt will die zucoll gesprochen. Aber ich würde mich aberóierung machen. das erweiter besser in die hänge und flubberte das ist das ist so eine lokierung woher ich will anreißen nicht zu stehen und du Sozialkorhof, es wird wieder in die Hände gespuckt ja jetzt mein freund alex welche alex das ist das auf die o3 ja und ich ich bleib bei dir hier doch cool ne? na na ich fahr jetzt hier noch bisschen ah die wollen ja Feierabend machen ich komm draußen noch ja wollen wir nicht nein ich hab jetzt gesagt wir sind doch nicht mal fertig gefahren hä Henrik meint so ihr läuft wie wir Feierabend machen nee ich hab's gesagt Leute können wir fahren ich möchte Feierabend machen ja so mein ich ja also irgendwann mal Feierabend machen wir haben noch 300 Kilometer Philipp ich war vorne ja dann fahr auch ja ich mach doch schon wir warten ja schon auf die Schuld ne? 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 Philipp! so ich bin's auch wieder unterwegs ja du hast Popa wo ist denn? wie ist denn? ich weiß nicht wo ist denn? ich hab in dem Ey, wieso blinken die? Wieso blinken die? Fährst du hin? Fahr nach, zur nächsten Station. Sind jetzt alle dran? Ich gleich, ja. Sotty, wer ist auch noch mit? Ja. Richtig. Es gab ja gerade eine, aus Oberstreich, so eine gleiche Frau Möllek, er so auf Englisch so. Möllekrys out of town. Was? Ja, Österreich ist Englisch, bestimmt so schlecht wie das österreichische Deutsch. Wirklich, er so. Ja, 80. Möllekrys out of town. Was war nicht, wie wir fahren sollen, aber egal. Philipp, kommst du dran, oder was? Maserati. Aber darfst du nicht reißen? Du musst doch gar nicht mehr fahren. Du musst doch gar nicht mehr fahren. Habe ich nicht? Ja. Möllekrys ist gerade leicht. Möllekrys, oder? Der Lenin und... Ne, der Lenin. Oder wie ist er? Äh, ja. Ähm. Auch Philipp, einer. Und ihr wartet nicht und dann sagst du bestimmt, dass sie kommen. Du siehst, du kannst doch hinter gucken, oder? Ja, das habe ich aber... Ja, der Lenin, der Lenin war schon wieder da. Hält sich nichts an, sollte ich wieder... Ja, Möllekrys wird überholt. Aber... Nicht eigentlich, der Philipp. Alles ja gut. Ich wollte dich nicht anfangen. Ja, Mann, ey, flüssig. Ja, ja. Lekt. Also, bis zum Ende durch und anders. Aber warte, ich überhole dich noch. Philipp, heute gab es, äh, ein Event, ein, äh, Spielraum. Wobei, Henrik, wenn du jetzt bremst. Wer denn welche Richtung in die gefahren? Wer denn die gefahren hat? Äh, Richtung, äh, Linz auf die A8. Ja, dann rückt auf die A9. Könner rüber. Ja, aber mit Legs, das kenne ich nicht. Äh, Fölle. Was? Äh, in Next Life gab es heute, ähm, in der Benz. Ja. Und in dem Moment hat sich mein PC aufgehangen. Hm. Ihr seid am Hotel, das ist vorbei und dann rechts, oder? Ja. Ja, dann wird schon runter. Ja, Mann, was bist du denn? Ja, wo bist du, wenn du am Hotel bist? Ich kann bei mir alles ausweisen, wer mir leckt. Ausleck dich mehr. Ach, Leute, ihr geht euch ja direkt unter. Leute, warten wir jetzt schon wieder auf den Ballen? Nee. Auf dem? Ja, das sollten wir doch noch auf dem Ballen. Oh, ja. Die komplette Ballen wird perfekt. Schmeckt. Nach Skills. Das schmeckt. Nach Skills. Das Discord wieder zu machen. Wo stehst du? Ja. Keine Ahnung. Ja. 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 Direkt dann wieder rechts runter. Ja. Oh. Ja. Warum kann ich an meiner Tastatur kein Punkt mehr machen? Hier fehlt gar nichts. Ja. Dieser Mensch wird so spät davon aus. Na toll. Meine Tastatur ist kaputt. Na toll. Meine Tastatur ist kaputt. Ja, du bist so... Ich glaube nicht. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Ach. Ja. Ich hab sogar raus. Was macht der da? Ach, ich hab vier Stunden. Warum kann ich kein Punkt mehr machen? Ich fahr falsch, warte mal. Ich glaub hier ganz in Ordnung. Ja, da kannst du auch der Lieblingsteil. Hä? Hä? Er ist bald nochmal weg, Philipp Wecker. Hm? Warum bist du weg? Ein Schein ist mal ein Spiegel im Beispiel. Ja, wo er drin ist? Ich hab jetzt keine Ahnung. Also ich hab schon alles weiter. Okay. Der Typ guckt ihm zu, nur weil ich zu 30 fahren, damit er nicht zwischen uns kommt. Alts Z. Alts Z. Der ist überhaupt nicht ausgelastet. Warum leckst du da? Sowas hasse ich. Ich auch. Hab ich dann dauernd. Hier ist ganz aufgelastet. Die PU 30% Arbeitsspeicher 15. Ja. Die PU 2. Die PU 2. Die PU 2. ja kann man ja mal machen ne das war wegen ich hatte ihn noch rumliegen und ich hab ein anderes Kabel gebraucht weil das Kabel funktioniert das ist so, das ist tot weg aus dem Kabel ja, jetzt geht's bin ich zu schnell oder seid ihr zu langsam oh der schmeckt wieder ich hab wieder 60F ist bitte komm so ums also ich bretter mal mit 150 wieder hinterher gell ich bretter halt mit 140 hinterher ach der ist auch wieder auf Mr. Hopi ah Mehmet ist da oh 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 damn man ja das ist total das ist das ist ja 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 Ähm... Ähm... Minus 90 Ich kann nicht fahren und schreiben gleichzeitig. Merkt man, ne? Ich bin der Hirsch. Worum geht das bei dem scheiß Ding nicht? So, jetzt können wir wieder Gas geben. Ach, schon wieder Maut? Oh, ich hasse das! Ja, ist doch jetzt gut! Ist ewig herum in Mautstation. Ach doch, ich kann die Bremsen auch nicht. Ich weiß nicht. Henrik, ich frag mal dich, was du machst. Hättest du trinken? Hast du ihn grad voll abgedrängt? Oh. Oh. Oh, scheiße. Jetzt wirst du überlegen. Und Leute, passt auf! Guck mal, ich hatte den Schen, wenn ich sage. Äh. Alles klar, da geht's aus. Jetzt musst du dir was Gutes anfallen lassen. Auf die Beste! Werde! Ehre genümmt! Was macht ihr hier? Wann am. Pssst. Na, halt mal, warte. Leute, kommt hier? Oder was ist los hier? Uh. Leute, gebt doch mal Kuppi hier! Na, halt. Warum gibt's hier den blöden Spielen? Shit! Ich hasse Chats. Tim, soll ich mir was sagen? Ach, ich bin ein Rolf. Du bist jetzt als Gast in unserem Konvoi und benimmst dich so, als ob er morgen, wenn du da sein solltest... Ah! Flo, gib mal 150 Gast. Ja, warte, ich muss noch mal. Gib mal 150 Gast. Lass mich finden. Das ist wie ein Rengfahr 90, bitte. Ja, wie fahren wir denn? Wie, ich fahr 90. Josh, fahr 150 Gast, bitte. Geht nicht vor mir, da ist nicht schnell genug. Okay. Die Nummer vor mir ist André. 150 Gast, der Erste. Sofort. Der Erste. Der Erste. Ach, nee. Für aller Weg abfahren. Ja, siehst du einen Blinker? Yoooooo... Nein! Nein? Ja, dann kann ich ja anhören. Um K8 sollte man gut sehen. 60. 70. Ach, 80. Was ist denn dieser Mächte bei dir von uns? Keine Ahnung. Ich ramm den gleich weg. Ich brems den gleich aus, okay? Also ich glaub wir nehmen keine Schluck. Was ist? Nein! Wir haben deshalb auch noch, wenn wir kein Schiff noch nehmen. Oh! Oh! Ehre genimmt! Weil ich es ja aber bin. Aber ich kann kein Schiff. Du bist kein Deutscher. Das ist der Fall zu nehmen. Er meinte mich, weil ich ihnen eine PM geschickt hatte. Also er hat ja Interesse. Henrik, jetzt musst du dir was sagen. Das ist rot, ne? Nur so. Wir singen dran weinen. Wir singen dran weinen, aber so. Ich kaufe nur die Werkstatt. Äh, Garage. Ja, ich will ja auch kaufen. Wo treffen wir uns? Bei... Bergstadt. Bei... Bergstadt. Ich muss jetzt ab. Einfach ein bisschen... Obwohl, Werkstadt. 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 Äh, ich will kaufen. Ach, Tim, du bist so ein Eingreisiger, Alter. Das Max muss so größere Scheiße unter diesen Firmen zu sein. Ja, da können wir... Hier kennst du jeden, der da weiß, dass du eine Firmenleitung sprechen. Das kannst du da nicht. Du blickst meine Apfel. Das Schlimmste ist, dass du einfach mit einer Firmenleitung sprechen kannst. Da kannst du das, der Max muss ja nicht der Firmenleiter, du kannst ja mit dem Teamleiter reden. Ja, dafür darf man nicht mehr reichen. Ja, muss man auch nicht, um ehrlich zu sein. Ihr wollt ja alle nur mit dem reden, weil er so berühmt ist, aber das muss man gar nicht. Nee, ich würd mit dem Menschen reden, wenn ich was ändern möchte in der Firma. Naja, du hast mir Leute drin, also kannst du nicht mit schlecht zu sein, ne? Gibt's schon geiler Regulierung. Im Hotel sind 2400. Warum das mehr? Ja, finde ich keiner. Tim? Hm? Wir machen das vielleicht mit Mehmet, so. Wenn er versucht, Rissum zu kommen, du fährst ja weiter vor und ich fahr ja ganz hinten. Ja. Dann fährst du auf die andere Spur. Also, wenn das jetzt zwei Spur hier ist, geradeaus in unsere Richtung. Wo ist das denn? Fahren wir beide raus. Also, wenn wir neben den allen sind. Und, äh... Du setzt ihn vor, du setzt dich vor ihn, ich setz mich hinter ihn. Wir weisen ihn so raus, irgendwie. Henrik! Ja, was denn? Äh, wo ist das? Bokka auf Auto. Bokka auf Auto. Oh. Wo ist das? Ich warte jetzt, der ruhig. Henrik! Ja, was denn? Bokka auf Auto. Ich hab Bokka auf Auto. Hallo, Badunko! Hallo, Badunko! Hallo, Badunko! Hallo, Badunko! Du kannst auf die Bitch. Ich hab' die Null fährt für dich, oder? Du hast die Null fährt für dich, oder? Du hast Null fährt für mich, oder? So, komm, Tag! Henrik! Fahr' ich hab was nach Klagenfurt! Schön! Nein, ich fahr jetzt mal auch mal hier fertig! Nein, ich fahr jetzt mal auch mal hier fertig! Ja, ich kann doch mit der hinterherfahren! Ja, mach doch! Fahr doch Auto! Da! So, können wir weiter? Moment! Gute Idee. Ja. Ich will den Auftrag nach Klagenfurt abholen. Oh, ist die Nachricht rausgegangen? Das ist aber ein Wunder. Hm. Ja, Gratschatzteile bin ich noch nicht verbunden. Hallo, Heinrich. Heißes ist das hier eng, Alter. Ich hole meinen Auftrag ab. Oh, ich muss da hinten hin. So, jetzt haben wir hier rum. Oh, ich muss da hinten hin. Oh. Oh, ich muss da hinten hin. Oh. Sind jetzt alle wieder da? Nein. So, E, Enter. Haben es dann alle nicht aufgedacht. Was seid ihr eigentlich alle? Checkt den Link. So, Oh! Ich bin jetzt wieder Fracht. Da war ja was. Oh, jetzt habe ich eine WhatsApp behalten. Flo. Ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Scheiße, Alter. Philipp. Ist immer gut. So, hier steht irgendwer. Mal gucken, wer es ist. Sieht aus wie ein Tim. Ich finde euch nicht. Ach da. Ja. Okay. Los, rausfahren jetzt. Alle schnell, schnell. Symbol war grad. Ja. Ja, da hätten sie noch welche bei der Garage. Ich will den Mehmet hier grad irgendwie wechseln. Aufzeigen. Aufzeigen. In den Regen. Ja, nein, da sind noch bei anderen, wenn wir in der Garage sind. Ich hoffe, du kannst auch nicht lesen, oder? Ne. So, wer kommt jetzt da noch? Ich. Josh, aufs Gelände drehen und ich fahr dann los. Warte, geht's schon los? Ja, ich fahr ja jetzt los. Ah, ich hab keinen Gang eigentlich. Da hab ich gar keine Bodenwelle. Ja, hab ich auch drüber da. Flo. Raus. Zieh. Schneller. Nächster. 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 Das waren alle. So. Jetzt haben wir ihn gleich weg. So. Wird gut, dass er aufnimmt. Gut, dass ich leistweb. Auch hier schon wieder. Pfff. Nee, tschüss. Ja. Der Rest ist von denen, der mit einander zum Konvoi gekriegt, ne? Per PM. Die haben unsere Filme nämlich damals kaputt gemacht. Ja, die haben uns gar nicht kaputt gemacht. Ja. Die haben uns gar nicht kaputt gemacht. Geholfen. Ist halt so. Hm. Die hätte ich nicht erst in die Schüsse bekommen. Ohne die hätten wir jetzt gar nicht weiter geschafft. Ohne die hätten wir jetzt gar nicht weiter geschafft. Es geht nur mal um Lebensführung. Ja. Trotz geben wir ja. Wuuu. Wie ein Traum hier. Sind alle da? Sind alle da? Dann kann ich nur auf 90 gehen. Ja, kannst du. Das ist ja mächtig. Das kommt dann glaube ich auch, oder? Wollt mal speiteln, Josch? Hm. Ich weiß nicht. Nein. Kannst du ja mal wachen. Wen schlägst du? Ist ja auch mal abdächtig. Wenn wir es nicht so haben. Sind noch 87 Kilometer Männer? Ja. Wir nehmen immer mehr Abstand zu ihm auf. Jetzt habe ich wieder schweres geladen. 17 Tonnen Zwiebeln, mein Inkel. Ich habe auch 70 Tonnen Zwiebeln. Aber ich habe die schon seit Berlin kaufen. Ich habe die gerade genommen. Ich habe in jeder Stadt, wo du angehalten bist, bis auf den einen da was anderes. Wie viel Tonnen? 17 oder 16? 17. Was ist denn? Ja, gibt es denn ja. Ah. Musst du zu Tradi auf? Äh. Semiplan. Ne, Selplan. Wenn du es schon die ganze Zeit offen hast? Ja. Na dann. Die haben hier die Straße nicht so richtig. Bin ich runtergefahren und mein Heck ist weggezogen, weggebrochen. Ja, hast du ja so einen Wack. Das ist aber bekannt. Das ist ja nur bei dir so. Philipp. Du hörst nicht? Was? Warum rufst du gerade? Man hört es nicht? Ich ruf nicht. Guck das, meine Hoppe. Du rufst gerade. Frag die Abschluss zum Null. Ja, ist ich auch. Boah. Ja, wird er überholt. Ich mach aber nichts. Also das ist keiner von uns. Oh. Ballencore. Och, nicht mehr. Ich bin da da. Nah aneinanderfallen. Nah aneinanderfallen. Wieso? Oh. Kein Sicherheitsabstand. Ja? Ja? Ist jetzt weg? Scheiß, Alter. Ja. Boah, leckt der. 2x5. Tim, ich hab keinen Sicherheitsabstand. Tim, ich hab keinen Sicherheitsabstand. Oh, bleck, der streamt so. Ich versteh das nicht. Liegt's doch am Internet? Das Problem ist im YouTube Studio, ne? Da läuft der Stream. Aber wenn man dann aufs Handy auf YouTube guckt, oder so, ob der wirklich läuft. Oder auch auf, äh, auf dem PC auf den ganzen Mal reingeht, dann läuft der nicht. Ich seh ja in OBS das Fenster da rüber. Nee, den bin ich. Also, das war auch einfach. Oh, wir sind nicht abgerissen. Müssen wir auf dem Punkt gleich drunter. Die Idee ist, was hier. Wenn wir das wieder da aufschließen. Okay, dann kommt er wieder. Aufschließen. Oh, Gott. Der leckt zu euch mal, Junge. Der leckt richtig. Ja. Mehr als ich. Oh, Philipp, haben wir nicht niemals ein Rennen gemacht? Pst. Ich war Eurologisch, da haben wir doch niemals so ein Rennen gemacht. Hä? Stimmt. Mit dem Wohnwagen. Ja. Ne, ohne Wohnwagen. Da hat sich irgendwann hier Dreck in der ersten Woche aufs Maul gelegt, wo wir gerade waren. Da haben wir Rennen gemacht. Wir haben schnellstens immer in so einem Ort und mit... Ja, genau. Und das war noch mit, äh, mit so einer Maulstation dazwischen, wo wir alle voll und furchtvoll reingerastet sind. Also, nee, das war das. Deswegen verlor ich. Ja? Das war aber hier, glaube ich, oder? Ja, also, die Aktion, wo wir alle vollkommen geschissen, wir fahren so mit unseren Autos. Aber das war in Leipzig, glaube ich. Mit der, äh, äh, irgendwie eigentlich. Ich weiß, bei irgendeiner Aktion wurde ich gebannt. Ja, wo, äh, wo Dings, wo Romanik, weil wir es doch mal haben. Äh, im Kreis von hier. Die Aktion. Oh, wir fahren hier direkt auf. Ich muss hier rechts. Tschüss. Ja, so ist das. Oh, das ist unglaublich. Da hat ein Speicherstand. Ich hab ja nicht Auto-Self. Ich hab ja nicht Auto-Self. Ich weiß, ich hab hier einen voll verposten. Wohl, ne. Da hab ich wieder gesagt, wo ist der Scharniger? Da lohnt sich die ganze Tour schon wieder nicht. Von den 2-3-4-4. Jetzt sind wir den Platz eingeparkt. Mach schon eure Felgen, наверное! Hm? Höre Felgen hast du! Warum? Ah, warte mal. Hä, was ist denn mit dem? Da die Maschinen. Schön wie? Hä, was ist denn? Das ist nicht wahr. Das ist schien Detekt. Hä. Das ist nicht wahr. das ist ärgerlich so dauert bis wir den geben beim hätte den aber auch nicht genommen jetzt doch jetzt jetzt hat er nicht und da sind wir 30 Null Sicherheitswarnung. Das hat man nicht hören. Bis Sonntag. Du bist ein absoluter Null. Niemand mag CML. Der hat mich gerade angeschrieben, dass der Sonntag warum nicht online kommen kann, aber kommt Sonntag online und dann tritt er unsere Firma bei. Du Lappen, Alter. Ja. Gefft! Phil, wie fühlt sich das so verloren zu haben? Gegen HTL? Ja. Philipp, ich hab... Oh, bin wieder da. Wenn du zu NDRs kommst, kannst du dir auch gerne zeigen. Das ist jetzt gekommen, Junge. Was ist los? Ich wollte dir nur sagen, dass dein toller Leon... ... 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 Gut, dass ich noch Livestreame. Ganz am Ende, ich beendet mich jetzt.